Rede mit mir! Schrei es mich noch einmal an, dann gehe ich einfach hier runter. Aber vorher ersticht sie dich mit ihrem Kajalstift. Hamburger Humor, damit ich weiß, wie ich weitermachen kann. Weißt du, wenn ich jetzt sage, Steffen, ich trinke einfach das Wasser nicht gerne oder sowas, dann sagst du, weil ich im Prinzip die Flasche nicht aufkriege oder so, weißt? Oh, aber kann ich damit umgehen, dass der Steffen ihm gesagt hat, er könnte die Flasche nicht aufmachen. Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblings-Roaster mit Herz. Und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Review, einem neuen Roasting mit Herz. Heute geht es um das Sommerhaus der Stars Folge 3 und Folge 4. Die nächste Folge kommt ja am Sonntag. Ich finde diese beiden Folgen sehr, sehr krass, muss ich sagen. So als Außenstehender habe ich mir gedacht, wow, also wenn das alles so wahr ist, dann möchte ich nicht so gerne in deren Haut stecken. Ich weiß noch nicht mal in wessen Haut ich weniger stecken wollte, ob es wirklich Katha ist, die hier sich ihre Zukunft verbaut oder ob es der Erik ist, der auch irgendwie krampfhaft versucht, irgendwas zu sein, was aber vorne und hinten nicht zu klappen scheint. Sie sagt ja auch, er sei pleite und so. Also es ist so, es löst sehr, sehr komische Gefühle in mir aus. Was sagt ihr zu dem ganzen Spektakel? Lasst mich gerne daran teilhaben. Sommerhaus der Stars kannst du gucken im Fernsehen oder aber auf RTL Plus. Dazu brauchst du ein RTL Plus Premium Abo. Das kriegst du über mich vergünstigt. Alles, was du dazu brauchst, findest du unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, falls du noch kein Schnuffelhase bist, werde gerne einer und tritt unserer wundervollen Community bei. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Und hier wollte ich einfach nur sagen, im Intro hatte diese Dame, bei der ich immer feststelle, dass sie so schwarze Kajalaugenbrauen hat, einen viel, viel passenderen Ton. Wo ich so dachte, okay, geht doch, das sieht doch echt ganz gut aus. Marcel und seine Influencer-Freundin wurden ja rausgewählt. Mit vielen, vielen Stimmen. Ich bin froh, weil ich glaube jetzt... Sei froh. Ich bin froh. Weil da war immer irgendwer schreibt, die blockieren sofort. Wenn die Leute uns nicht dabei haben wollen, dann möchte ich auch nicht mit denen reden. Ganz einfach. Und das sollen die auch gut spüren. Die sind natürlich stark verletzt. Kann man verstehen. Ich als Außenstehender, nicht involvierter, gucke da wahrscheinlich so drauf wie ihr in den letzten Tagen. Da geht es einfach erst mit einem durch. Man hat Kindheitstraumata, Ereignisse, die da wachgerüttelt oder angepiekst werden. Und man fühlt sich abgelehnt und will dann mit den Leuten nicht mehr reden. Und den zeigen, ja hey, wenn du mich nicht magst, mache ich dich auch nicht. Man könnte natürlich, weil man jetzt super weit wäre, auch sagen, jo, ist ein Spiel. Man könnte sich natürlich auch fragen, woran lag es jetzt? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Wo könnte ich irgendwas verändern in meiner Art und Weise? Gelingt den beiden jetzt nicht. Ich würde sie dafür nicht verurteilen, weil wer von uns kennt es nicht? Jetzt rennt der anderen in den Hater. Jetzt rennt der anderen in den Hater. Ja, ja, logisch. Guten Morgen. Kein Anstand. Kann man nicht guten Morgen sagen, wenn man hier vorbeiläuft? Geht das nicht? Er sieht aber auch alles, ne? Er sieht dann alles. Also er möchte jede Möglichkeit nutzen, um denen in die Fresse zu sagen, dass sie irgendwas nicht gelernt haben. Dass sie scheiße sind. Dass sie dumm sind. Dass es verdient ist. Also er ist so einfach so gar nicht bei sich. Das muss man sagen. Das muss man halt einfach sagen. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, die hätten die anderen die Gruppe grüßen können. Dass er sich wieder darauf aufhängt und überhaupt kein eigenes Leben hat, wird mir halt immer wieder bewusst. Das ist einfach, ja, was soll ich sagen? Baby. Babys. Das Ding ist halt einfach nur, dass das für dich eine riesige Genugtuung ist, da mit dem Finger drauf zu zeigen. Und dann würde ich gerne wissen, wie groß dein eigener Baby-Anteil ist. Dankeschön. Ja, aber man bedient sich dann doch gerne an den Zigaretten, die die Babys mitgebracht haben, ne? Also man findet die halt scheiße, ne? Ja, weil sie grüßen nicht und Baby und keine Ahnung, aber dann, wenn die Füßen da sind, die sie dann aber mit für dich geholt haben, dann holt man sich dann eine, ne? Total enttäuscht, ne? So ist das Leben. Aber es ist doch ein deutliches Ergebnis gewesen. Wenn du Sexstimmen kriegst, dann musst du dir Gedanken machen. Euer Verhalten ist einfach schlecht. Euer Verhalten? Ja, dein Brand besonders. Da würde ich direkt aufstehen und gehen. Also wirklich, da hätte ich dann auch in dem Moment überhaupt keine Nerven dazu, mich weiter mit diesem... Er ist wie so... Er hat die Stimme dieses Dinosaurier-Babys. Kennt ihr dieses Dino-Baby? Mäh, mäh. Vom Frühjahr, von RTL, Super RTL oder so. Und, ähm, ja, gar nicht, gar nicht, gar nicht verträglich mit, äh, oder gar nicht kompatibel mit einer Situation, in der man vielleicht wirklich gereizt ist und sich abgelehnt fühlt. Wo ist da mein Verhalten? Schlecht? Alles schlecht. Ihr habt einfach gemerkt, dass... Ich lass uns Eiers nehmen. Merkst du das eigentlich nicht? Nee. Mach ich nicht. Eier ist eh wurscht. Du hast nicht gelernt. Du hast einfach nicht gelernt. Ich muss auch von dir nichts lernen. Du hast nicht verstanden, was ich dir gesagt habe. Ich muss von dir nichts lernen. Nehm, brauchst du nicht. Muss ich nicht. Das haben sie eigentlich ganz gut herausgearbeitet und ihm dann als Rückmeldung gegeben. Wir brauchen von dir auch gar nichts lernen. Also, falls du unbedingt jemandem was beibringen möchtest, dann hol dir ein Haustier. Oder, gut, Kinderzeugen ist vielleicht ein bisschen spät, aber dann, weiß ich nicht, warum hat er auch diesen Drang, dass irgendjemand was von ihm lernt? Du bist nicht der Größte und der Beste. Es gibt immer Bessere. Merkst du das? Das ist Show, Mario. Das ist Show. Ich bin 53, könnte dein Vater sein. Heute Morgen lauft ihr vorbei und sagt mir immer Guten Morgen. Ihr seid schlechte Verlierer. Ganz einfach. Warum reizt ihn das so? Wisst ihr warum? Weil er nämlich selber ein schlechter Verlierer ist. Es triggert ihn, dass der Marcel sich selber so geil findet. Ja, weil der Mario sich selber wahrscheinlich gar nicht geil findet. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum da zwei Schachteln am Tag raucht. Das ist ja alles nicht unbegründet. Tiefe, tiefe, tiefe Wunden und Päckchen so. Und der Marcel, der triggert in ihm ganz, ganz viel. Und deswegen haut er da ja auch die ganze Zeit nur drauf, weil er denkt, dass er seinen eigenen Schmerz dadurch bearbeitet. Aber nein, das wird so nichts. Wenn du Sportler bist, Marcel, weißt du, wenn man verliert? Ich kann es nicht. Verstehe ich nicht. Boah, das finde ich aber krass von Marcel, dass er einfach sagt, ich kann es nicht. Also, dass ich dich nicht grüße, ist so, aber ich kann nicht anders. Und warum nicht? Weil, wenn er sich abgelehnt fühlt, und das hat Marcel gerade auch gesagt, und das finde ich an der Stelle ziemlich reflektiert, dass er dann so sagt, nee, kann ich nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ihr wollt mich nicht, dann kann ich euch auch nicht grüßen. Finde ich cool. Und dass der Mario dann sagt, verstehe ich nicht. Ja, musst du nicht verstehen. Das ist seine Gefühlslage. Musst du nicht verstehen. Fang an, dich selber zu verstehen. Richtig unangenehm. Marcel ist ein erwachsener Mensch und kein Mensch hat dir zu sagen, wie du dich zu verhalten hast. Aber das ist auch im echten Leben so. Ja. Ältere Herren versuchen das immer. Das kenne ich. Ja. Einmal wollte mein Opa mich nicht aus dem Auto aussteigen lassen, weil ich habe ihn auf die Bitte meiner Mutter mitgenommen zum serbischen Konsulat, weil ich mich immer sehr eingeschüchtert fühle, wenn ich in serbischen Behörden bin. Und da war ich schon bei ihm im Auto und er weiß, dass ich schwul bin. Er hat es aber nie wieder thematisiert. Und anstatt mich nach Hause zu fahren, weil ich musste ein Video machen, hat er mich einfach in seinen Stadtteil gefahren, der wirklich am anderen Ende der Stadt ist. Und ich so, nee, wir müssen zu mir nach Hause. Und er sagt so, nee, 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 du kommst jetzt mit, weil erstmal gehen wir wieder in eine Bank, weil die suchen dort noch Bankkaufleute. Ich so, Opa, ich habe vor fünf Jahren diesen Job mit gutem Grund beendet, weil ich daran keinen Spaß habe. Er so, nee, nee, das ist viel, viel besser als das, was du da machst im Internet. Ich so, ach, weiß ich nicht. Es gibt manchmal schwierige Phasen so, aber ich mag das eigentlich voll gerne. Und dann meinte er also, und außerdem ist da eine Bankerin und die ist ledig und würde gerne einen Mann kennenlernen. Ich so, okay, und jetzt reicht's. Und dann habe ich gesagt, du hältst sofort an. Dann hat er gesagt, nein, du kommst mit. Und ich habe gesagt, ich mache die Tür auf und springe aus dem Auto, wenn du weiter mir vorschreiben willst, gerade in diesem Moment, was ich tun soll und was nicht. Ich liebe meinen Opa. Opa guckt das, glaube ich, auch nicht. Die sind halt anders. Das ist eine andere Generation. Also ich nehme ihm das auch nicht zu übel. Ich finde, das ist schon krass. Gehe zu weit. Aber es ist halt anders. Egal, ich möchte da, weil es kommt irgendwie nichts Positives oder was raus. Na, deswegen. Es reicht. Fuck. Die verhalten sich aber schon ziemlich verantwortungsbewusst dann in dem Moment. So, komm, wir gehen, bevor wir richtig eklig werden. Gehen wir einfach. Das führt nirgendwo hin. Ich finde das ganz, ganz krass. Wir können nicht verlieren. Hallo, wie nett soll man denn nun sein? Er hat keinen Respekt vor dir, Schatz. Wie nett soll man denn nun sein? Ich finde wirklich, dass die nett sind. Also ich meine, ja, die sind eingeschnappt. Ja, die fühlen sich hardcore abgelehnt, aber die sind jetzt nicht asozial. Ich glaube, da gäbe es Leute, die werden einmal eine Schippe drüber. Und die hatten dem Mario und allen anderen dort nochmal anders zu verstehen gegeben, wie scheiße sie sie jetzt finden. Voll dem. Also wegen dem kriegt der Sender, wegen den zwei kriegt die keine Senderzeit. Und dann sagt er so, wegen den beiden kriegt der Sender keine Senderzeit. Ja, aber wegen dir dann schon oder was? Ja, weil du einfach wie ein Autounfall bist. Man versteht überhaupt nicht, warum du, er bezeichnet sich nämlich später auch als einziger, als einzigen A-Promi. Kann man das so sagen? Und wo ich mir so denke, okay, dann scheint es ja so, als hättest du was erreicht in deinem Leben. Warum bist denn du dann so miesmuschelig? Das versteht der Zuschauer auch nicht und bleibt dann deswegen dran. Aber will man, dass der Zuschauer deswegen dran bleibt? Das war eine einzige Blamage. Für die geht gar nicht. Weiß ich nicht, für wen das jetzt eine Blamage war. Ob das eher für die eine Blamage war oder für Mario und inklusive auch für dich, weil du zu dem hältst. Erik und Kata gönn ich gar nicht, weil die verstehen sich überhaupt nicht. Marcel, geh weiter an den Weg. Ja, hau rein. Müll. Absolut Müll, liebe Beine. Komplett Trash, die beiden. Ja, er ist jetzt einfach sauer. Er ist einfach sauer. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen. Es ist nicht schön, bei Menschen zu sagen, sie seien Müll. Natürlich nicht. Aber er versteht jetzt halt nicht, warum es schon wieder nicht geklappt hat. Er ist ja, glaube ich, bei der Couple-Challenge auch relativ schnell rausgeflogen. Ich glaube, das checkt er nicht. Warum das auf YouTube läuft oder lief oder whatever und warum das jetzt nicht mehr läuft. Well, auf jeden Fall Kopf hoch. Cosimo und Nathalie gönn ich auch gar nicht. Wirklich so komplett Trash. Scheiß doch auf denen. Marcel, die verstängern das nicht. Wenn du Trash und so sorgst, die glauben das schon wieder. Ist das Müll. Ja, also ich glaube, er meint das schon so, wie er was sagt. Er hält nichts von denen. Das ist so Kategorie Müll für ihn. Also da braucht sie jetzt auch gar nichts schönzureden. Der Wagen ist schon gegen die Wand gefahren. Du glaubst ja nicht, dass wenn er das anschaut, dass er sich dann nicht reflektiert und sagt, du warst scheiße. Vielleicht. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht nehmen sie ja was mit. Aber du kennst ja auch ein bockiges Kind. Was macht es? Mach zu. Fertig. Mario ist so, also bockiges Kind kenne ich. Bin ich selber. So. Und ob er selber was mitnimmt dann, wenn er das im Fernsehen guckt, wahrscheinlich nicht mehr. Und nun ist so diese Challenge da, wo die auf dem Auto sind, auf dem Auto sind, was auf einem Kran ist, was schmutzig ist und wo sie Buchstaben sauber raussuchen müssen. Wisst ihr? Wo sie Matsch wegwischen müssen und dann... Mach ich mit meinen Fingernägel kaputt. Macht nichts. Scheiß drauf. Da denkt sie so, halt's Maul. Wenn wir 50.000 Euro vor Steuer gewinnen, dann kannst du dir ein paar Nagelmodellagen gönnen. V. Mach den ganz frei. Das hier ist auf jeden Fall ein V. Überleg mal, was das sein kann. Du kennst doch so Worte und alles. Ja, das ist so ein Ding. Ob ich das jetzt glaube, dass sie so Gutes in Worte finden, erraten etc. Wenn sie noch nicht mal Buchstaben erkennt, das ist ja wohl kein V, das ist ein N, oder? Guck mal, du bist ein Mann. Du hättest überlegen können, okay, was macht man, bevor damit der richtige Dreck, grobe Dreck runterkommt? Ich besprühe den Wagen erst mal mit Feuchtigkeit. Also er dachte, glaube ich, dass du dich besser damit auskennst, weil bei den vielen Schichten Make-up, dachte er, vielleicht weißt du, wie man so verhärtete Schichten entfernt. Gib mir mehr Wasser. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, warum? Ich finde ihn so geil. Ich muss sagen, ich finde die beiden voll geil. Weil ja, sie, also die beiden sind für mich Unterhaltung pur, aber ich finde, die überschreiten nie eine Grenze. Das höchste, was die mal sagen, ist so, was ist los mit dir oder Kader, Tamam oder irgendwie sowas. Aber die sind einfach Entertainment pur und wirklich, wirklich, ich würde als Außenstehender schon sagen, dass die eine gesunde Beziehung haben. Wir finden die niemals an. Doch, Bibi, nicht meckern, alles easy. Wir haben schon drei. Und ich hab den vierten. Ich kann nicht mehr. Bibi, also sowas. Ist wie beim Sex, mitten drin hörst du auf. Was ist hier so? Können wir bitte aufhören, über den Sex zu sprechen, den wir nicht wirklich oft haben. Aber die sind auch süß zueinander. Die sind wirklich süß zueinander. So, also das Miteinander, da können sich einige wirklich eine fette, fette Scheibe von abschneiden. Ich mir auch. Ich finde das super. Ich weiß nicht, wie ich da oben mit meinem Freund agieren würde. Z-O-N-E-I-G-U-N-G. Ich hab's. Zuneigung. Aha! Geil! Ich weiß nicht, warum, ne? Aber es bestünde ja bei so jemandem wie ihm die Gefahr, dass man irgendwie neidisch wird oder irgendwie sowas. Oder dass man so denkt, oh, dem gönne ich das nicht. Ich gönne dem alles. Ich gönne dem wirklich alles als Zuschauer, weil ich finde den so cool. Der ist lustig, der ist schlau, der ist ausdauernd im Sport und so eine Sachen. Guck mal, der hat jetzt hier das Wort erraten. Ich finde den super. Die sind süß zusammen und sie kann sich wirklich glücklich schätzen, den auch an ihrer Seite zu haben. Ich glaube, andersrum auch. Aber sie weiß, glaube ich, schon, dass er ein guter Fang ist. Wir haben versagt, weil wir dumm sind. Also kannst du bitte über dich reden, wenn dann? Und nicht über uns beide? Wir haben einfach unüberlegt, ohne Strategie gestartet. Du denkst nicht mit. Wir hätten es so einfach haben können. Guck mal, meine ganzen Nägeln sind abgefallen. Der ist am Ende einfach nur so ein Body. Die Implantate werden abfallen. Der neue Booty wird abfallen. Sie wird keine Nägel mehr haben. Haare hat sie ja letzte Woche schon verloren. Wimpern werden abfallen. Sie wird nur noch ein Schatten ihrer selbst sein, wenn das vorbei ist. Ich muss ja sagen, auch wenn er sich gerade wehrt, bin ich sehr, sehr dankbar für diese Sequenz. Weil bei den beiden habe ich mich manchmal schon so gefragt, okay, ist das nur Grimmigkeit? Aber nein, die haben auch süße Momente, wenn er nicht gerade bei seiner Ex-Freundin wieder eingezogen ist. Schaffen wir. Wir sind ein Team. Überträgt mich. Sie weiß halt ganz genau, wie sie ihn haben möchte. Also bei Katha und bei Erik spalten sich, glaube ich, auch die Meinungen. So, aber erstmal ist sie irgendwie motiviert. Dann ist ihr aber seine Euphorie dann zu doll. Und dann ist sie direkt schon wieder am Eindämpfen. Ja, freu dich aber bitte so, wie ich mir das vorstelle. Warum ist in dem Z hier noch so eine Mitte so? Erik, das ist ein ganz normaler Buchstabe dann. Ja, vielleicht hättet ihr auch nochmal das Alphabet vorher lernen können. Nicht nur diese Fragen, die darauf hindeuten, dass ihr euch kennt. Was ihr scheinbar nicht tut, weil sonst würdet ihr sie nicht alle auswendig lernen müssen letzte Woche. Ihr erinnert euch, ne? Vielleicht hättet ihr auch nochmal das Alphabet und die Zahlen euch beibringen können. Hast du dein T-Shirt kaputt gerissen? Ja. Bei so einer Menge Erde, wie willst du die anfeuchten zum Schwamm? Ey, ist schon schlau, ne? Er ist schon ganz schön schlau. Er ist der Einzige, der sein Shirt genommen hat, um das anzufeuchten und um das Auto sauer zu bekommen. Wollt ihr euch wissen, was Nutzigung ist? Oder Ni-Gun-Gun-Nut? Das sind Wörter, die benutzt ich nicht. Ich schreie jetzt nicht. Du weißt, ich bin von der Streets. Ich benutze solche Wörter nicht. Nu-Gun-Gun. Normalerweise würde ich denken, das ist ein Scherz, ne? Aber ihm kaufe ich das wirklich ab. Er ist so authentisch in dem, was er sagt. Guckt mich doch nicht so an, Mann. Was denn? Es kostet mich an, Dieter. Wieder einmal verloren, Alter. Sind wir so dumm, oder was? Ja, hier würde ich auch sagen. Naja, wobei, er kann schon in einer Mehrzahl sprechen. Also ich glaube, bei ihr ist der Drops auch so ein bisschen gelutscht, ne? Und der Mario Basler, der versucht halt, sich selber zu finden, ne? Also, ich muss sagen, so die kleinen Versuche sehe ich, ne? Heute will er seine Höhenangst ein bisschen überwinden. Weil das ist ja auch die erste Challenge, wo er sich ja getraut hat, ne? Normalerweise bricht er ja immer ab. Und er raucht viel lieber und zeigt mit dem Finger auf andere. Aber heute springt er einmal runter. Ja, ja, ja. Was? Du schaffst es. Hä? Du schaffst es. Doch. Ja. So, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Aus dem Mario Basler kann auch noch ein zufriedener Mensch werden. Vielleicht erst mit 70 oder so, aber who knows, ne? Besser spät als nie. Ist wirklich sehr zutreffend hier. Warum rickse ich denn so auf? Ja, dann werde ich nicht rausfliegen. Hast du das Beste gegeben, oder? Ich will auch Gewinner sein einmal in meinem ganzen Leben. Das ist das, was uns das ganze Leben erschwert. Wir denken, wenn wir in eine Gruppe kommen, wir werden nicht angenommen, ne? Wir denken, wenn wir irgendwo reinkommen und irgendwann starten, wir sind ja eh Loser. Das ist die verzerrte Wahrnehmung, ne? So, und ich weiß gar nicht, ob ich das... Nee, hab ich noch gar nicht gedroppt, ne? Papa hat einen Therapieplatz bekommen. Und genau das ist auch das, was ich als Ziel formuliert habe. Dass ich durch die Welt gehe und nicht mehr mit der verzerrten Brille, die mögen mich eh alle nicht, sondern du wirst geliebt. Du wirst geliebt und ihm wünsche ich, dass er endlich aufhört, sich als Loser zu sehen. Weil das erschwert ihm doch einfach jeden Tag. Du bist so über dich hinausgegangen, das war richtig geil. Also auf Mario bin ich richtig stolz. Er hat einen richtig guten Fang mit der Frau gemacht, ne? Also wenn der wirklich so oft so kalt zu ihr ist, wie er sich hier zeigt, um irgendwas zu demonstrieren, und die weiterhin so liebevoll zu ihm ist, hat er einen richtig guten Fang gemacht. Boom! Geil! Bist du ein Idiot. Wir müssen jetzt ein bisschen so tun. Wir müssen jetzt ein bisschen tun, als wenn's gut gelaufen ist. Nicht übertreiben, nicht so freuen. Ich glaube, dafür ist der Zug schon abgefahren, weil du hast gerade gebrüllt. Also wir müssen gucken, dass wir nicht so signalisieren, dass wir uns zu viel freuen. Ich hab mich nur gefreut, ganz kurz, dass wir es geschafft haben. Ganz kurz hab ich in die Luft gebrüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Also ja, aber das war schon sehr aussagekräftig, ne? Das passt halt einfach, er soll brüllen, er soll einen Handschner machen, ne? Ist mir ja egal. Und könnte ihr auch egal sein, aber dann soll das nicht verpacken als, ähm, Schatz, wir müssen jetzt gleich gucken, dass wir uns nicht zu doll freuen. Das ist, das failed. You had one job. Wir müssen ein bisschen bluffen jetzt auch, Hase. Nee, das ist dann wieder die arrogante Art, die Marcel gefahren hat. Nein, das ist überhaupt nicht. Ihre dumme Idee, halt doch einfach die Klappe. Ja, sie kann eine Meinung haben, aber ich muss sagen, genau an diesem, an dieser Stelle merkt man so ein bisschen, dass sie zu doll einlenken will in sein Verhalten. Weil ich finde, damit hat er sie ja jetzt nicht blamiert. Das ist ja jetzt einfach nur die Frage der Strategie. Ja, also wie verhalten wir uns jetzt, damit die anderen uns nicht rauswählen? Jo, ne? Sie scheint ja auch nicht von dem Geld abzuhängen, weil ihre Eltern würden ihr ja große Summen überweisen, wie sie heute auch verrät. Und da finde ich es ein bisschen zu doll, dass sie so sagt, ja nee, jetzt halt einfach mal deine Klappe. Das ist nicht sehr respektvoll. Erik! Es musste einfach mal raus, weil man hat auch wegen der Höhe ganz schön Angst gehabt. Achso, sorry. Ja, finde ich geht auch zu weit. Warum darf er mit den anderen nicht darüber reden, wie die Challenge war? Also ich meine, kann ja sein, dass das ihre Meinung einer guten Strategie ist, aber vielleicht ist das ja nicht seine. Ich finde, da geht sie zu weit. Erik, willst du nicht einfach ruhig sein? Es war einfach... Ich bin einfach... Bitte fixen gleich einen Maulkorb an. Ja... Also, Entschuldigung, wenn das mein Freund zu mir sagen würde, würde ich sagen, hier, also den hier, Maulkorb, wer bist du denn? Also, wer bist du denn bitte, dass du mir so meine Art verbieten möchtest? Gehen deine Hemden eigentlich auch zu? Ja, ist das die Hamburger Art? Er versucht ja vieles mit der Hamburger Art zu erklären. Ich glaube nicht. Das ist Bodyshaming. Das ist nicht so nett. Ich glaube, der Quasimodo fühlt sich da nicht so wettgeschätzt. Das, liebe Leute, sind die Zeiten. Guck mal, Antonia und Patrick haben 9 Minuten 36 gebraucht, weil er so schlau war, dass er sein T-Shirt da kaputt gerissen hat und damit das Auto sauber gemacht hat. Also, der Patrick ist schon wirklich nicht blöd. Und nun unterhalten sich Patrick und Mario ein bisschen über Steffen, heißt er, der Schauspieler, dass er immer als erstes ins Bett geht und am längsten schläft und dass er überhaupt nicht so kommunikativ ist. Und dann fügt der Mario noch eine weitere sehr interessante Bemerkung hinzu. Er kriegt ja auch die Gespräche mit, wie die anderen über mich reden. Einzige A-Promi nenne die Tralala und und und. Ja, schwierig. Ja, da weiß der Patrick gar nicht, was er dem entgegenbringen soll. Also, sieht so ein A-Promi aus? Geht ein A-Promi dann auch ins Sommerhaus? Best Ass? Merkst du selber? Ich halte Patrick jetzt nicht so für den, so wie ich, so den Gorilla, der zum Beispiel nicht mehr klar denken kann irgendwie, wenn er keinen Sex bekommt. Schwierig. Warum denn? Warum hat Patrick denn den Ruf weg, dass er keinen Sex haben möchte? Dann sitzen jetzt auch gleich Patrick und seine Freundin im Interview-Raum und das entsteht so eine Situation, die ich, sage ich euch gleich, wie ich die deute. Also, ich habe ihr daraus verstanden mit dem, was vorher gesagt wurde, dass sie vielleicht gerne wilderen und dolleren Verkehr hätte, weil es ging auch so ein bisschen um Verkehr in der Küche und so weiter. Und der Patrick hat erklärt, nee, das mache ich schon gerne im Bett. Und die Süße hier sieht so ein bisschen so aus, als hätte sie gerne verrücktere Geschichten mit ihren Bauern. Und er ist aber nur so, nee, reicht doch, wenn wir uns seelisch einfach lieb haben. Vielleicht ist ja irgendwann mal was dabei, was wir wissen oder können. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die beiden hoffen, dass irgendwann mal eine Challenge kommt, wo die beiden etwas reißen können. Vielleicht wäre so eine Schmink-Challenge ganz interessant. Wer malt die schönsten Augenbrauen? Kader und Isi unterhalten uns jetzt einmal richtig köstlich. Der Isi muss eine Rechenaufgabe lösen, die die Kader ihm vorliest. Moment, das ist ganz einfach, ich muss nur jetzt mich konzentrieren. Du brauchst mir gar nichts mehr sagen. Ich habe gesagt, bitte nicht. Moment, ich rechne gerade. Also, okay, sowas kann ich auch. Brauchst du nicht bitte? Einmal noch. In einem Zug befinden sich mehrere Menschen. 19 Menschen steigen an der ersten Station aus. Okay, Taman, bitte nicht mehr lesen. Wie viele Menschen sitzen von ... Nun gib mir doch mal Gelegenheit, ich habe es verstanden. Kader, halt bitte einfach deine Fresse. Okay, ich kann rechnen. Ich kann wirklich rechnen. So, 63 minus 17. So dumm bin ich nicht. Mach dir mal keine Sorgen. 20 ... Darf ich vorlegen? Nein, bitte. Ich habe schon doch die Antwort. Das ist 27, weiß ich doch. Was hast du gerade gesagt? Was? Also, ob sie das selber wüsste, weiß ich nicht. Aber wie geil sind die beiden bitte zusammen. Ich muss auch sagen, den ... Easy, ne? Findet ihr den sexy? Ich muss auch sagen, ich finde den ziemlich sexy. Wisst ihr warum? Weil er so gechillt ist. Also, der hat so sein Temperament und so weiter. Aber das ist alles super gesund. Und man merkt so, der ist so easy peasy. So, vergleich jetzt mal zu Mike Seas in so einer Situation. Wisst ihr was? Ich meine, das macht den attraktiv. Die Zähne könnten vielleicht ein bisschen angepasst werden an die Augäpfel. Ne? Gäbe ich zu. Aber ansonsten fände ich den wirklich sehr attraktiv. Moment, 63. Jetzt hast du mich total irritiert. Bist du verstrahlt hier? Bist du verstrahlt oder was? Sie gibt halt konstruktive Kritik und stellt berechtigte Fragen. Easy! Du wolltest Mathematiklehrer werden. Was ist los mit dir? Also, guck mal, jeder Mann, ne? Der Komplexe mit sich selber hat, ne? Der seine Männlichkeit selber irgendwann mal im Laufe des Tages in Frage stellt, der würde hier ausrasten. Aber siehst du richtig? Du wolltest mal Mathelehrer werden, du Idiot. Und er ist ganz entspannt und denkt so, ne, lass mich mal mein Ding machen, okay? 63. 46 steht hier. 46, warum hast du mich denn irritiert? Wer hat dich irritiert? Wer hat dich irritiert? Wer hat dich irritiert jetzt? Ich hab noch nichts gesagt. Wenn die keine eigene Show bekommen, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, er ist auch so fernsehgeeignet. Die beiden, ne? Einmal die Woche könnte ich mir die wirklich 60 Minuten lang angucken. Easy, ich bin von dir echt enttäuscht. Ich bin vor allem dir wirklich richtig enttäuscht. Ich trage hier zwar zum Gewinnen gar nichts bei, aber ich bin von dir richtig enttäuscht. Wie viele Ecken hat dein Würfel? Du spielst doch mit mir im Moment. Ja, Gott, ich spiel gar nichts mit dir. Ich spiel gar nichts mit dir, du Ekling. Nix mach ich mit dir. Ich wurde nur bezahlt, um mit dir in diese fucking Show zu gehen, damit ich berühmt werde. Ja, Uno ist auch ähnlich, aber... Uno ist mit Würfeln, oder? In seiner Welt spielt man Uno wahrscheinlich wirklich mit Würfeln. Würfeln. Mehrere Würfeln. Fünf Würfeln. Mehrere Würfeln. Oder ein Würfel. Fünf Würfeln. Wie viele Ecken? Genau. Ich würde mich nicht wundern, wenn Cadere überhaupt nicht wissen würde, worum es geht. Würfeln. Wie viele Würfeln muss ich würfeln? Okay, cheers. Cheers, Baby. Ecks oder nie wieder Sex? Und sie so definitiv, nie wieder Sex. Boah. Sie hat wirklich nicht ausgetrunken. Sie ist so, ich nehm nie wieder Sex, nehm wieder Sex. Wie lautet das Substantiv von Tolerieren? Was? Substantiv von Tolerieren. Zum Glück haben die nochmal Türkisch als Sprache, in der die sich hoffentlich ein bisschen besser verstehen. Weil das ist ja, das ist ja schwierig, ne, die Kommunikation. Das ist ja schlimmer als stille Post. Also Tolerieren. Die Frage bezieht sich auf das Wort Tolerieren, ja? Ich glaube, er weiß das gerade selber nicht, worauf sich diese Frage jetzt bezieht. Vor allem ist es ja Tolerieren und nicht Tolerieren. Ich kenn das Wort Konstantiv, aber nicht so Substantiv. Ich hab's noch nie gehört. Das ist mehr Zahl so. Ich weiß doch, was tolerieren bedeutet. Tolerieren? Aber ich versteh die Frage nicht. Gibt es, warte mal, gibt es das Wort Konstantiv? Konstantiv. Substantiv. Nee, also Konstantives sind nach Ausdehn feststellende Sätze beziehungsweise Aussagen. Ich weiß es nicht. Konstantiv. Weiß es nicht. Ist auch egal. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass sie weiß, was Konstantiv bedeutet. Vielleicht dachte sie an ihren ersten Freund namens Konstantin. Substantiv, das ist halt, hat was mit Mathe zu tun oder Physik. Ich glaube, das ist Subtrahieren. Das könnte das sein, ne? Entweder versteh ich die Frage nicht oder ich versteh das nicht, worauf du du willst. Tolerieren. Moderanz. Ich schwöre, sie wird als 90-Jährige immer noch Trashcoat sein. Wie nennt man umgangssprachlich die meist Symmetrische? Symmetrische. Warum darf sie das nicht auf einer anderen Sprache vorlesen? Das ist voll gemein. Woher soll sie denn symmetrisch aussprechen können? Tätowierung Oberhals des Steinbeins. Keine Ahnung, worum es dir geht. Ich glaube, er noch weniger. Easy, guck mich doch mal an. Warum guckst du die Decke an? Also ich glaube, er versucht einfach mit der ganzen Situation klar zu kommen und dich nicht zu entschlagen. Weil du sehr, sehr viele Spitze in seine Richtung wirfst. Das ist also seine Methode. Er guckt einfach immer nach oben. Nun ist die Frage, was ist die Mehrzahl von Publikum? Und selbst das deutsche Paar, würde ich jetzt mal sagen, dass die beide deutsch sind, die mit den schwarzen Augenbrauen, sagt, nee, Publikum gibt's kein Plural. Aber wisst ihr, wer es weiß? Publikar? Hey, wo wusstest du das? Keine Ahnung. Oh, das ist süß. Also warte mal ganz kurz. Woher? Um alles in der Welt wusstest du das? Keine Ahnung. Es kam einfach so. Oh, das kennst du aber. Welches Wort bezeichnet das Gegenteil von Dominant? Aha. Ist Kader etwa eine Domina? Freundlich, herzlich. Das Gegenteil von Dominant. Unterwürfel. Devot. Was? Devot. Weißt du doch. Devot, nicht freundlich. Happy Smile. Das ist nicht der Gegenteil. Devot. Unterwürfig. 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 Von Dominant das Gegenteil. Unterwürfig. Ja, und jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist eh zu spät. Der Zug ist eh abgefahren. Ich kann jetzt kein Abi mehr machen. Ist vorbei. Weiter am Text. Das ist ein Kickdown für den Rest meines Lebens. Ist das jetzt so Autosprache? Ist Kickdown nicht dieses Ding, wie schnell beschlägt, beschlägt. Beschleunigt ein Auto innerhalb von, jetzt nichts Falsches sagen. Innerhalb von einer Minute. Ne ne. Eine Sekunde. Komm. Jetzt lieber mit mir erstmal nicht reden. Eine halbe Stunde mit mir nicht reden. Aber gerade weil sie so gut gepunktet hat, ne? Ist sie jetzt sauer auf ihn, oder was? Ah. Scheiße. Ah. Was lachst du? Sag mal, bist du dumm oder was? Nein, sie ist nicht dumm. Er hat Durchfall. Und sie lacht sich halt tot. Hast du ja nicht immer so, so reden so mit Show, Sendezeit. Damit haust du mich selbst in die Pfanne. Und auch dich selbst. Sag ich dir nur noch mal, weil du kommst dann auch in ein schlechtes Licht. Mhm. Ganz nebenbei. Guck mal, so als kleiner Tipp. Mhm. Danke. Danke, mein Schatz. Das nehme ich wirklich sehr, sehr liebevoll an, diese Tipps, die du mir hier gibst. Was will ich nur ohne deine Tipps tun? Nee. Nee, komm. Nee, 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 nee. Ich geb. Nee. So, und den beiden würde ich tatsächlich auch. Das ist ja der Grund, ne? Das sind sogenannte Trigger-Momente. Sie wollte dann irgendwie einen Scherz draus machen und ihm doch noch einen Knutschi geben. Dann wollte er nicht, dann fühlte sie sich hardcore abgelehnt und rennt weg, so mit Nee, 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 nee. Bevor ich jetzt hier aufraste, gehe ich. Fuck you. Was ist? Ich will gerade Stress anfangen, ich fliehe lieber. Genau. Einmal alle mit einbeziehen, damit auch alle Bescheid wissen, was in der Beziehung so falsch läuft. Es gibt keinen Tag, an dem wir uns nicht streiten. Wie man sieht, die Streiterei fängt immer wieder an, man redet sich immer wieder in Rage. Ja. Man denkt, man kann sich alles erlauben, aber von der Partnerin lässt man sich nichts gefallen. Mhm. Die Partnerin möchte natürlich sehr viel auch dazu beitragen, ne? Wie er sich so gibt und was er macht und so weiter. Und ja. Aber dass ihr keinen einzigen Tag gehabt ohne Streit, das hört sich eigentlich relativ healthy an. Das ist aber so. Ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die mich so runtergeholt hat. Also meinst du das jetzt positiv? Dass er sich so relaxen kann, wenn er mit ihr zusammen ist? Oder? Versteh es nicht falsch. Ja. Du machst dich ja schon selbst zum Clown. Wieso meinst du das? Wegen meiner Burger King Krone oder was? Und ich meine, der Mario weiß, was es heißt, sich selber zum Clown zu machen. Er macht das ja auch jeden Tag. Aber sie ist doch neu. Weil ich am Schluss, geht sie nach Hause, kommt auf die Arbeitsstelle. In das Büro, in dem sie als Analytikerin arbeitet. Und dann muss sie ihren Vorgesetzten erst mal erklären, wie sie da reingeflutscht ist in diese Achterbahn der Gefühle und so. Du möchtest, dass deine Frau an deiner Seite steht und dich unterstützt. Das gar nicht erst kommentiert, sondern vielleicht auch noch sagt, Schatz, geile Idee gehabt. Richtig. Ja, aber das ist so, als würde ich wollen, dass man ein aufblasbares Gummiboot fliegen kann. Das wird ja nichts. Sie hat davor auch einen bekannten, prominenten DJ irgendwie gehabt. Und ist da auch irgendwie hinterhergelaufen, glaube ich, drei Jahre oder irgendwas. Und sie sucht ja auch diese Welt. Das ist auch extrem wertschätzend, dass er das einmal so droppt, dass sie so eine Hunterin ist nach Prominenten. So ein Schritt schnell von ihm, dass er das so erzählt, so den anderen. Jetzt gehen sie zu einer anderen Challenge. Ich will gewinnen. Um jeden Preis. Und mir scheißegal. Einzigwartig ist es gewinnen. Ja. Egal, auch wenn die Freundin da noch weg ist. Sie ist so richtig positiv gestimmt. Allgemein setzt sich so eine positive Grundstimmung durch. Was bezeichnet Mykologie? Einziges, was ich mit Myko kenne, ist Mykonos. Ja, und das ist wirklich gut. Also ich war dieses Jahr schon auf Mykonos und da hat sie schon einen richtigen Zusammenhang erkannt. Aber Hasi, das sind so die Fragen, da hätte ich eigentlich erwartet, dass du das mit deinem hohen IQ vor uns geschafft hast. Wo zur Hölle soll ich das wissen, wenn ich hier immer gerechnet habe, immer Mathe gemacht habe, die Pilzkunde erkennen? Ja, also da hat sie schon ein bisschen recht. Also das ist ja Mykonos, bedeutet ja Pilzkunde. Und woher soll sie das denn jetzt wissen? Also ich meine, sie ist ja Anal-Lytikerin. Und jetzt hat er aber so den Zusammenhang erkannt, warte mal, Pilze? Da hat er sie doch mal was. Na, Hasi, du hattest doch selber schon Pilz. Was für ein Blödsinn. Ah, sieh, komm, jetzt sei aber ehrlich. Erik, du laberst so einen Scheiß. Jetzt sei aber ehrlich. Es geht zu weit. Okay. Boah, Erik. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie irgendwann mal so CEO von der Deutschen Bank wird? Ich weiß nicht. Normalerweise hast du doch sonst auch keinen Rögelreflex. Die Frage ist doch hier, schmeckt dir mein Sperma? Ja oder nein? Erik, bitte. Das ist zu viel, das ist gut. Also ich muss sagen, er reizt schon alles aus, ne? Da schlägt er einmal richtig über die Stränge. Und wenn wirklich deren Abmachung ist, dass sie ihm hilft, weil er pleite ist, und dass sie später aber trotzdem nochmal in ihr Büro rein möchte, dann ist das wirklich ein absolutes No-Goal, was er da gerade macht. Ich hoffe, alles ist abgespielt, abgesprochen, so. Und sie hat noch nie studiert und so. Also das sind hier alles richtige Akademiker-Fragen, kann man nicht anders sagen. Das müsstest du wissen, Hasi. Du bist das Brain. Aber man muss schon sagen, dass ihn das so ein bisschen triggert, ne? Dass er so der Dumme ist, der immer in so hässlichen Klamotten rumläuft. Dieses Schauspieler-Paar kommt rein, hat richtig gut performt, dachten sie zu dem Zeitpunkt, aber sie haben gedacht, sie tun so, als wenn sie richtig abgelost hätten. Warum denn? Das ist jetzt psychologische Kampfführung, ne? Wir müssen jetzt den Eindruck vermitteln, wir ziehen das durch, aber sind nicht so stark. Ja, das Problem an deutschen Schauspielern ist natürlich sehr oft, dass die einfach richtig reinscheißen. Die übertreiben aber vollkommen. Er sah so aus, als hätte er eine Schildkröte quer verschluckt. Und ja, das war natürlich nicht glaubwürdig. Vor allem noch mit der Info, dass er Schauspieler ist. Das ist genauso wie die Sharon bei der Bachelorette. Dass man dann so dachte, ja, nee, klar, sie will nicht berühmt werden, come on. So, und seine Feststellung nach so einer Challenge ist... Wir lieben uns jetzt wieder, das ist auch wieder das Wichtigste. Ja, die Liebe sollte trotzdem kontinuierlich dabei sein, auch wenn wir streiten. Ist ja so, aber ich fand vor dem Spiel, das fand ich alles wieder nicht ganz so cool, ja. Weil das Problem ist mit deinem... Na, na, Erik, bitte, fahr nicht wieder an. Ist das nicht schön? So jetzt, wo der Winter naht, fühlt man sich so einsam ganz oft und will einen Partner haben. Und wenn man die beiden sieht, ne, dann will man richtig einen Partner haben, so an seiner Seite. Sie versteht nicht, dass es hier nicht ihre Freunde sind. Hier geht's am Ende des Tages darum zu gewinnen. Und wenn dann die Nominierten... Komischerweise hält jeder von denen mehr zu mir als mein eigener Freund. Ja, weil die natürlich möchten, dass das zwischen euch so richtig eskaliert. Also, Schatz, die mögen dich, glaub ich, alle nicht. Katha, setz dich bitte hin. Warum? Damit du das auf der Kamera festhalten kannst, wie ich da heule. Das meine ich. Und ich stehe im Endeffekt immer wie der Böse da. Ja, du hast doch schon so ein bisschen deine Aktien drin. Aber ich würde sagen, sie kommt vorgeschädigt da mit rein in diese Beziehung. Weil jeder andere wäre gar nicht erst reingegangen, wenn sie wirklich mal CEO werden wollte. Also, ihr tut euch einfach beide nicht gut. Du bist doch auch nervös. Du lügst doch auch. Du machst mich im Endeffekt schlecht. Erik, du bist schlecht, ganz ehrlich. Das war jetzt mal so ein Feedback für ihn auch. Erik, du bist einfach schlecht. Wirklich. Und dann kommt sie halt wieder und sagt so, okay gut, dann mach deinen Scheiß, erzähl was du willst. Und dann sitzt sie da so neben ihm und er packt nochmal aus, dass sie die letzten drei Jahre wie ein Opfer an einem anderen Prominenten hinterher gerammt ist. Und da reißt ihr dann schon wieder der Geduldsfaden. Was musst du denn jetzt schon wieder Geheimnisse hier ausplaudern? Wieso kommen wieder Geheimnisse ans Licht, Erik? Erik, du hast ein Aggressionsproblem, ganz einfach. Ich glaub's nicht. Also, das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam zwischen euch beiden, ne? Ich mach mir zwar Sorgen um beide, weil ich mir auch zwischenzeitlich so dachte, okay, ist sie vielleicht suizidgefährdet? Gar nicht lustig, weil wirklich schlimm, ne? Weil, schau mal, wo du studierst und dann wegen sowas, wegen einem Typen, den du seit fünf Monaten kennst, setzt du alles aufs Spiel. Aber, also, man kann auf jeden Fall nicht weggucken. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Entschuldigung. Aber ich muss hier rausgeben. Es ist okay. Es wirkt leider nicht gespielt. Also, es scheint wirklich ernst zu sein. Wieder hat der Geheimnisse ohne Ende ausgeplaudert. Ohne Ende. Und sagt dann, ja, von wegen, die machen meine Karriere kaputt, weil sie dauernd sagt, das ist eine Show, bla bla bla. Verpiss dich, Erik, ganz ehrlich. Also, da tut sie sich selber irgendwie das Image kaputt machen, ne? Wenn sie natürlich zu ihrem Partner sein Hals im Maul im Fernsehen, ist das nicht so Akademiker-like. Egal, ob wir jetzt hier rausgehen, ob wir mal getrennt sind oder nicht, das, was du machst, ist meine Karriere. Jetzt mal ganz kurz die Frage, ne? Hat er quasi so eine richtige Karriere, die man kaputt machen kann? Also, eigentlich ist er doch bekannt für Trash. So Streitereien, Ablehnung, Selbstzweifel, so Geschmacklosigkeit und so. Also, eigentlich tut sie ihm ja einen Gefallen, oder nicht? Erik, du hast mich doch nur in die Show hier mitgenommen, weil du beißt euch keine Ahnung von dem Scheiß ab, um mich hier drin fertig zu machen. Sie wusste halt gar nicht, was das mit Sommerhaus der Stars auf sich hat, ne? Sie hatte auch kein RTL Plus Premium Account, deswegen konnte sie sich keine andere Staffel angucken, um sich mal so einen Überblick zu machen. Sie war halt mit Analytica-Themen beschäftigt. Katha, man kann auch einwerben, dass man raus will. Ne? Das kann man ja nicht mit ansehen. Das wusste sie gar nicht. Sie dachte nämlich, sie muss bis zum Ende drin bleiben. Das wusste sie gar nicht, dass sie freiwillig aussteigen kann. Ich habe mich jetzt schon vor Deutschland blamiert. Jetzt kann ich ja auch noch eine Woche länger bleiben und mich blamieren. Der Ruf ist durch. So schlimmer geht nimmer. So, ne? Jetzt bleibe ich drin. Ich bin hier reingekommen. Mir wurde gesagt, ich kann keine Führungsposition mehr einnehmen. Ich habe das aufgegeben für ihn, weil der Pleite ist. Wie gut kann es um sie stehen, wenn sie das wirklich in Kauf genommen hat für den Typen, den sie seit fünf Monaten kennt? So, und jetzt erzählt der Schauspieler das seiner Freundin und sie sagt... Hä? Ja, dann soll sie halt nicht reingehen. Ja, hab ich auch gesagt. Oh Gott. Ja, also ich meine, das wird ja jeder Mensch irgendwie sagen. Die sollten sich jetzt mal trennen. Das ist wirklich späteste Eisenbahn. Also, das würde ich denen wirklich einmal raten. Tut mir leid, dass ich das sage, aber das ist so toxisch bei euch. So eine Beziehung hätte ich gar keinen Nerv. Das ist ja nicht gesund, was ihr fühlt. Ich glaube, das baut sie nochmal richtig auf gerade. Alle so... So eine Beziehung würde ich lieber von der Brücke springen, so, ne? Also... Dann müssen wir eben getrennte Wege gehen. Wir machen das danach öffentlich. Das ist kein Problem. Dann zeigen wir alle unsere Beweise. Bumm. Also, er möchte alles öffentlich machen. Das ist ja dann wieder eine Story. Warum? Das ist es schon wieder, was ich sage. Warum die Öffentlichkeit? Das ist unsere privaten Beziehung. Katha, weil du lügen erzählst über mich und du lässt mich wie den bösesten Menschen dastehen. Jedes Mal, wenn wir Streit haben, kommt, das machen wir öffentlich. Ich rufe Komi vielleicht an. Erzähl doch keine Scheiße. Katha, erzähl doch keine Scheiße. Also, das muss ich sagen, dem Part glaube ich sofort, dass er das macht. Also, warte mal kurz. Ich rufe dich mal kurz an. Hey, sorry. Sie hatten einen neuen Vaginalpilz. Könnt ihr darüber berichten? Dankeschön. Ciao. Und könnt ihr sagen, dass mal eine neue Single draußen ist? Ja, danke. Ciao. Bussi, Bussi. Das ist ein Image-Schaden für mich. Ey, Mangold ist totgegangen. Mike C ist totgegangen. Bin ich der Nächste? Wobei ich glaube, Mangold hat es sich verschissen, als er einen Club aufgemacht hat und jeder seiner Promigäste nur einen Drink for free hatte. Guck mal, ich stehe für Reality. Komm, hör auf zu reden. Brauch ich nicht. Ja, aber du sagst doch aber auch was. Da hat er aber recht. Er steht wirklich für Reality. Realness, Leute. Mode, Fashion, Passion. Haben die gut gemacht. Das ist Strategie. Die beiden sind auch so geil. Die so, das kann nicht echt sein. Glaub mir auch. Erik, ich habe ein dickes Problem. Durch die Nummer hier habe ich so ein kranken Image, dass ich so ein Problem nur bekommen werde. Kata, Kata, Kata. Erik, ich bin nicht mehr vorzeigbar. Deshalb wollte ich nicht mit rein, Alter. Ihr ist halt jetzt ein Licht aufgegangen. Sie ist als CEO nicht mehr vorzeigbar. Das geht nicht. Also, da hat sie sich jetzt schon einiges verbaut. Bevor wir eingezogen sind, haben meine Eltern zu mir gesagt, Ina, mach das nicht. Wir geben dir das Geld, was du bekommen würdest, geben wir dir so. Wenn du da reingehst, der wird dich fertig machen. Mama und Papa haben nämlich Kohle. Aber sie hat sich gedacht, nee, ich liebe diesen Mann, so wie er ist. Und deswegen möchte ich ihn supporten. Ach, ich war, als wir uns kennengelernt haben, war ich eine super starke Frau. Jetzt sieht man fünf Monate Beziehung mit ihm, was er da aus mir gemacht hat. Ja, nee, also so passiv kannst du dich dann doch nicht darstellen. Also für den Otto-Normal-Bürger vielleicht, aber für jeden, der sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt hat, leider nein. Weil das hättest du nicht geduldet. Das tut mir leid, meine Süße. Der Schaden war schon vorher da. So, und dann bei diesem Fragespiel haben Quasimodo und Nathalie den ersten Platz gemacht, Leute. Geben wir uns bis zum Ende jetzt aus dem Weg und alles ist gut. Gucken, was passiert, okay? Nicht vorher aufgeben oder sonst was. Also, bitte lass einfach bis zum Ende drinbleiben und so. Wir reden einfach bis zum Ende nicht, ne? Ich gewinn dir 50.000, wir sind dann nicht verheiratet, dann gehören die mir. Und dann am Ende schieße dich in den Wind. Hier geht's doch nur um die Gage und um die Senderzeit gerade wieder. Äh, nö, wie kommst du denn da rauf? Also, er möchte schon weiter als Paar mit dir dort agieren. Er möchte nur einfach nicht mal mit dir reden. Aber bleib einfach drin, okay? Du musst mit mir essen, ne? Dass ich da runter leide. Dass meine Südchen da runter leide. Das ist immer wieder scheißegal. Das sind so diese Momente, ne? So. Es ist schwierig. Es ist schwere Kost. Ich geb's dazu. So. Wir machen beide Schluss dann. Ist scheißegal. Das meine ich gerade. Das merkst du. Ihr fahrt euch immer mehr. Genau, genau, genau. Ihr fahrt euch einen Glückwunsch, Erik. Im Fernsehschluss gemacht. Das ist sogar ein Glückwunsch für dich. Katha, hör doch mal auf. Du weißt, du weißt es doch. Was heißt Fernsehschluss gemacht? Erik, hast du doch gerade schon gemacht? Da hört sie auch direkt auf zu weinen, weil sie hat schon wieder was erkannt, womit sie ihm an Karren pissen kann. Sie hat so, ah, okay, jetzt macht er auch noch Schluss mit mir. So, wo ich dachte, alle atmen auf, weil sie alle eingesehen haben. Das ist das der einzige Weg, dass sie so, ach so. Und jetzt machst du Schluss mit mir, ne? Ist ja schön. Genau. So, ihr Cuties, jetzt geht es weiter mit Folge 4. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch aufgefallen wäre oder nicht, aber zwischen der letzten Sequenz, die ihr von mir gesehen habt, und zwischen dieser Sequenz liegen ungefähr fünf Stunden. Ich habe in der Zwischenzeit, wer würde eher mit Cecilia und Michelle geschnitten und hochgeladen, war Gassi mit den Hunden, hab ein bisschen gechillt und jetzt geht es weiter. Folge 4, der nächste Morgen. Erik und Kata sind ja nicht so wohlgesonnen ins Bett gegangen und sie begegnen sich jetzt wieder im Badezimmer, wo sie sich nicht grüßen. Und dann darf es wahrscheinlich ins Paartherapie, das hätten die nötig gehabt, hier ins Interviewzimmer gehen, wo sie dann einmal miteinander sprechen. Wir sind in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation. Ja, das kann man so sagen. Mir steckt wirklich in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation. Mit mir wurde gestern vor laufendem Kamera Schluss gemacht. Bis jetzt wurde noch nicht angekommen und wurde sich dafür entschuldigt oder sonst irgendwie was. Nee, es ist ja auch vorbei. Er hat ja mit dir Schluss gemacht. Und da ist es schon wieder, es ist ja so aussichtslos zwischen euch beiden. Und Trennung ist eigentlich so der einzige Lichtblick am Ende des Tunnels. Und sie ist halt schon wieder so, ja, es wurde ja mit mir Schluss gemacht, nachdem ich alles ausgepackt habe, auch so wirklich. Und wir uns das Ekelhafteste an den Kopf geworfen haben und sich das ganze Haus fragt, ob es so etwas Schreckliches an Beziehungen überhaupt geben kann. Aber sie sucht wieder so raus, ja, dann hat er wieder einen Fehler gemacht, ne? Er hat sich auch nicht entschuldigt. Mit einer Entschuldigung wäre ja auch alles wieder in Ordnung gewesen, weil so toxisch sind wir gar nicht unterwegs. Katha, ich habe aber nicht ganz klar gesagt, dass ich Schluss mache. Doch, Erik. Nein, dann habe ich eben gesagt, dann ist jetzt eben Schluss. Jetzt ist Schluss. Nee, ich habe dann gesagt, dann ist jetzt eben Schluss oder irgendwie so habe ich das gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, Katha, es ist Schluss. Was will man denn noch mehr sagen? Hä? Die Sätze sind fast gleich. Ja, also man würde sagen, die beiden drehen sich ein bisschen im Kreis. Keiner ist wirklich lösungsorientiert. Ich finde, das führt nirgendwo hin. So, ob sie da jetzt ihm das vorwirft, wie er ihr das gesagt hat, dass er ihr das gesagt hat. Und er sagt, nee, doch nicht. Und keine Ahnung, irgendwie bringt das alles nichts. Also ich finde, dieser Streit hat ein Level, ich würde das Haus verlassen. Ja, also da würde ich auch sagen, da würde ich auch das Haus verlassen, um ehrlich zu sein. Wobei, es ist natürlich auch echt Trashgold. Also alleine wie viel ich heute darüber geredet habe. Aber es geht ja auch anders. Zum Beispiel Kader und Isi schaffen sie ja auch immer ein Video. Also wenn mein Partner in der Show ankündigt, danach ist sowieso Schluss. Ich würde sagen, Junge, also jetzt weise ich dich mal ganz kurz in die Schranken. Ja, also ich glaube, sie kommt halt so rüber, als würde sie viel über sich da gehen lassen. Weil dieser Mario ja immer so tut, als hätte er voll die dicken Eier. Aber ich glaube so in Wirklichkeit gar nicht. Man sieht das ja auch heute in der oder in der letzten Folge. Ich weiß nicht, wann es kommt, ob gleich oder ob ich schon da war. Nee, es kommt glaube ich noch. Wo die da auf dieser Wippe sind, da gibt es ihm auch gut Kontra. Und die Sache ist, sie alle aus der Familie und alle Freunde haben gesagt, das wird hier drin passieren. Ja, jetzt nochmal auf die gehört, ne? Würde ich mal sagen. Für mich ist noch nicht Schluss. Ganz klar, weil ich... Für Erik ist erst Schluss, wenn wir hier rausgehen. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Sondern, weil er dich natürlich von ganzem Herzen liebt. Also er konnte ja gerade selber nicht weiter reden. Also für mich ist noch nicht Schluss, weil... Und dann hat er gemerkt, ja nee, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann kommt das eigentlich eher weniger gut. Ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich nur möchte, dass wir hier die Show zu Ende machen. Weiß ja, hätte der sich ein bisschen überwunden, wäre heute Morgen zu mir gekommen, guten Morgen Schatz, hätte mir einen Kuss gegeben, wäre ein ganz anderer Start gewesen. Aber vielleicht was ist denn das, wenn das Problem ist natürlich, wenn er sich das Gleiche denkt, ne? Sie ist nicht schlecht, ne? Vielleicht wünscht er sich ja das Gleiche. Also ich meine, Kanta hat ihm ja auch einiges an den Kopf geworfen. Und sie so, also hätte er einfach guten Morgen gesagt, Schatz, dann wäre ja auch alles wieder gut. Ist ja nicht so, als hätten wir einen heftigen Streit oder so gehabt. Ist ja eigentlich eher eine Kleinigkeit, ne? Dann war sie ja in diesem Schlafzimmer mit ein, zwei anderen Frauen. Und dann kam am Morgen, ne? Und dann kam der Erik rein, hat mit den beiden anderen Anwesenden gesprochen. Aber mit Kanta nicht, weil sie sah halt so aus, wie sie aussieht, ne? So ein bisschen noch im Kampfmodus. Und dann ist er wieder rausgegangen. Und das kreidet ihm Kanta natürlich auch an, weil er hat sie nicht gegrüßt morgendlich. Jeden zu begrüßen und bei mir dann so nirgends rauszuhauen. Ja, komm. Kann man sich auch sparen, ne? Nein, nein, nein. Hase, ich habe aber gedacht, dass ich dich gerade nicht ansprechen soll. Ja, Denken ist bei dir immer ein bisschen Fehler, oder? Also ich finde, sie kann auch gut austeilen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann immer nicht mit so einer Miesmuscheligkeit, ne? Das geht bei mir nicht. Ich weiß, sie ist vielleicht hier wirklich das Opfer und keine Ahnung, was da alles abgeht. Er ist mir auch nicht ganz sutsche, ne? Aber ihre Miesmuscheligkeit übertönt einfach alles. Ich komm, ich kann nicht. Ich habe gar keinen Bock aufs Spiel. Was soll ich denn jetzt gerade machen? Dann kommt wieder Höhe, dann habe ich zusätzlich noch eins vor Höhe. Nachdenken kann ich gerade auch nicht. Im Team sind wir auch nicht. Dann kann ich mir das auch noch mehr, Peinlichkeiten kann ich mir das. Erik, es geht dir doch nur um die Show, es geht dir nur ums Spiel. Kann es sein, dass sie sich gerne, würde einem Psychologe jetzt eventuell sagen, sie tut sich selber gerne in die Opferrolle? So hört das für mich an. Also es ist ja bei ihr richtig System down, Mental Breakdown und sie will unbedingt auch das Opfer sein. Also sie will das richtig. Man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass wir nach einem großen Streit dann Spiel gewonnen haben und genau so kann es jetzt wieder passieren. Vielleicht ist das ja auch einfach so euer Ritual, dass ihr euch richtig zerstört vor einem Spiel, damit es danach wieder gut wird. Endlich mal ein Spiel, das wir meistern können. Genau, wir zwei. Esst mit. Easy. Halt mal lieber die Fresse, das wird eh nichts. Gerade wiegt 59 Kilo. Das stimmt doch gar nicht. 59 Kilo? Entschuldigung. Es sind 57,5. Ja? Also easy peasy. Weil es geht jetzt um das Wippspiel und da ist natürlich das Gewicht sehr wichtig. Ich wiege momentan 55. Ich habe abgenommen. 55. Ich finde auch, sie hat abgenommen. Also seit Kampf der Reality Stars ist ein bisschen was runter. Aber vorher ersticht sie dich mit ihrem Kajalstift. Aber sie ist auch eine. Sie lässt sich nicht alles gefallen. Weil die müssen eine Balance finden auf dieser Wippe und dann müssen Gegenstände auf dieser Seite, ich weiß nicht, wie sie entscheiden, welche Gegenstände wo stehen müssen, keine Ahnung. Und Gegenstände auf dieser Seite stehen. Das bedeutet, die müssen es schaffen, Balance zu halten, die Gegenstände, die Geräte zum Stehen zu bringen und sich dann in der Mitte noch einen Kuss zu geben. Und dann haben sie die Aufgabe gemeistert. Aber sie hier lässt sich nichts gefallen. Schrei mir nicht an. Pass auf, dass du was nicht kaputt machst. Also weißt du, der Isi ist ja kurz davor, sich die Beine zu brechen und sie sagt, pass bitte auf, dass du die Sachen nicht kaputt machst. Du bist nicht so wirklich fürsorglich. Wir wollen alles richtig machen und dabei passiert das Gegenteil. Ja, so süß. Ja, genau. Wir probieren hier irgendwas richtig zu machen, aber wir können gar nichts. Wir sehen einfach nur gut aus. Zurückgekehrt vom Spiel gibt es Erik nicht so gut. Alles gut, Schatz. Jetzt mach mal die dumme Krone ab, Alter. Alles gut, Schatz. Alles gut, Schatz. Alles gut, Baby. Ich glaub ihm, dass er weint. Weil einige denken ja, das ist gespielt. Aber sie ergreift halt die einzige Möglichkeit, ihm diese dämliche Burger King Krone einmal runterzunehmen. Ich will einfach nicht rausfliegen. Nein, Erik, bitte. Nein, Erik, nicht jetzt. Nein, ich will nicht rausfliegen. Geht es ihm darum, dass er nicht rausfliegen möchte? Na gut, die 50.000 Euro sind natürlich verlockend. Und er hofft natürlich, dass er dann wieder auf einen grünen Zweig kommt finanziell. Das kann ich schon verstehen. Das sind ja krasse Existenzängste eines Modekönigs. Sowas mag ich gar nicht, ne? Hass ich wie die Pist, ne? Was? Wenn Menschen weinen? Das kann er ja auch schon nicht ab, wenn seine Kajalfreundin weint. Steh mal vor, dann guckst du dir das an. Im Nachhinein. Ey, Alter, wie ich mich so schäme, ne? Mhm. Ja. Also, ja. Schon. Oder man guckt es sich einfach wirklich nicht an. Weil das erträgt man ja nicht. Also ich glaub, wenn die heute nicht mehr zusammen sind, die Kata und der Erik, und die gucken sich das heute an, denken die sich ja auch nur, äh, Entschuldigung, kann man das bitte löschen lassen bei RTL? Du musst ja nicht immer so alles so für die Kamera machen. Ja. Naja, warum seid ihr denn dann alle dort? Also ihr könntet ja auch euch so im privaten Umfeld challengen und so, ne? Oder im Lotto spielen oder so. Klär doch deine Probleme zuhause, weißt du, oder? Ja, ja. Sag mal ehrlich. Ja, ja. Nee, dann wärt ihr aber nicht qualifiziert für diese Show. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch im Casting gesagt hat, äh, ja, wir klären unsere Sachen immer zuhause. Man kommt sich doch verarscht vor, wenn man jemanden den ganzen Tag tröstet. Für was habe ich mich denn damit eingemischt und reingesteigert? Ja, damit es dem wieder gut geht. Jetzt solltest du dich freuen, dass die wieder zueinander gefunden haben. Du hast die Kata doch nicht getröstet, damit sie sich von einem Erik trennt, oder was? War es halt einfach da für eine richtig gute Freundin? Und jetzt geht's dem wieder gut und dann freust du dich. Du musst, jetzt geh vor, geh weiter vor. Ja, Mario, du stehst da und machst gar nix. Machst gar nix. Ich sag, jetzt soll ich, ich brauch's nicht zu machen, wenn du wippst. Ja, aber du, ich wippe gar nix. Schau mal, wenn ich jetzt gar nix mache. Schau mal, wenn ich jetzt gar nix mache. Ich stehe nur auf einem Fleck. Du rennst hin und her. So, ab jetzt mach ich gar nix mehr. Ich wippe nicht. Ich wippe null. Du verstehst das Spiel nicht, oder? Du musst doch ausgleichen, merkst du das nicht? Ja, aber dann sagst du, ich wippe. Ich liebe sie. Sie ist schon so die richtige Frau an seiner Seite, glaube ich. So, dass sie ihm einfach mal so einen Spiegel vorhält und ihm einmal zeigt so, ja, du hast nicht recht. Du bist auch nicht so cool wie du denkst, mein Lieber. Ich hab keine Lust mehr, ganz ehrlich. Das kannst du nicht permanent sagen, verdammte Scheiße. Ja, aber wir schaffen's doch nicht mehr. Mach doch nix ins Spiel. So was regt mich auf. Ja, dann regt es dich eben auf. Aber halt die Fresse und mach das Spiel. Es regt uns alle auf. Was soll denn diese Einstellung, bitte? Das sag ich nicht, aber das denk ich mir, dass er das gedacht hat in dem Moment, ne? Tsch, keinen Bock mehr. Wenn ich das noch einmal hör. Verdammte Scheiße. Ich liebe die beiden. Ich liebe die beiden. Also, er schreit zwar, aber die sind trotzdem noch so erzogen und so, ja, wie soll ich sagen, so gesittet. Sagt man das so? Alter! Ja, jetzt einmal bitte den Krankenwagen. Also, das ist ja lebensgefährlich bei den beiden. Voll süß. Wir passen sehr gut zusammen. Ey, Quasimodo. Hast du das bisherige Miteinander zwischen den beiden erlebt? So? Wie kannst du sagen, dass die beiden zusammen passen? Ja, finde ich auch. Wir sollten heiraten, oder? Irgendwann mal schon. Ja, also, aber nicht so bald. Also frühestens in 15 oder 20 Jahren oder so, wenn ihr genug bei der Paartherapie gewesen seid. Und viele süße kleine Babys. Dr. Mr. Vier oder fünf Babys haben wir uns vorgenommen. Um Jottes Willen. Ich hoffe wirklich, dass diese beiden Menschen keine Kinder bekommen. Also, weder zusammen noch getrennt voneinander. Erstmal nicht. Liebe ist ja immer noch da. Deshalb, wenn er ankommt und mich küssen will oder Händchen halten will, dann ist das ja trotzdem noch da. Also, ich glaube, Liebe war nie da. Um ehrlich zu sein, ich glaube, Liebe kommt da auch nicht mehr. Das ist keine Liebe, Leute. Das ist nicht Liebe. Alle hier im Haus sind einfach abgefuckt. Ich weiß. Dieses die ganze Zeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Himmel hoch jauzen und dann läuft schon wieder plärend hier ins Haus. Finde ich aber ganz cool. Also, Patrick hat halt manchmal echt seine coolen Momente, wo er dem Erik dann einmal steckt, ey, wir sind alle richtig angepisst von euch. Weil, was ihr hier abzieht, ist einfach für uns unerträglich. Erstmal habt ihr Streit, wollt euch umbringen und dann seid ihr wieder gut. Und dann hat sie auch vergessen, dass sie sich ihre Karriere verbaut hat. Ja, und hier gucken wir einmal, wie der Hamburger Steffen die Toilette putzt, ne? Innenseite von der Kloschlüssel und dann gerne auch nochmal die Kloschlüssel von oben, was ich auch ein bisschen eklig finde. Weil, wenn du Durchfall hast, dann habt ihr das vielleicht schon mal mitbekommen, dass unter der Klobrille der Durchfall auch klebt, ne? Das bedeutet, der Schwamm, den du für die Unterseite der Klobrille verwendet hast, diesen Schwamm verwendest du nicht nochmal für den Bereich, wo du dich draufsetzt. Hast du jetzt die gleiche Schwammseite genommen? Baby, geh raus. Also, das nervt mich jetzt. Wie, die gleiche Schwammseite? Ich war mit dem Schwamm nicht in der Toilette drin. Nee, aber unter der Klo wurde. Ja, also Steffen, da hat sie schon recht. Na, das ist echt ein bisschen eklig. So, ich hoffe, du wäschst dann jetzt nicht gleich auch noch das Geschirr damit ab. Jetzt hat er die Toilette nach bestem Wissen und Gewissen sauber gemacht. Und nun kommt auch direkt schon der Quasimodo rein und pinkelt. Also, die nächste Sequenz fängt damit an, dass der Quasimodo hinterm Vorhang steht und pinkelt. Während Steffen noch im Badezimmer ist. Warte, da sitzt gerade jemand hinter. Also, äh, Cosimo. Er steht dahinter. Ach, er steht. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ich setz mich doch nicht hin auf der Schüssel. Ja, aber ich hab die gerade geputzt, Alter. Aber ich kann gut zielen, deswegen ist alles gut. Ja, das ist ja super. Ja, aber Steffen, du hast die Klobrille jetzt nicht wirklich geputzt. Also, ich glaube, der Quasimodo hat einen Schutzengel. Und deswegen hat dieser ihm zu verstehen gegeben, setz dich nicht da drauf. Weil dieser Schwamm war auch schon unter der Klobrille. Und, ja, der hat alles richtig gemacht in meinen Augen. Also, ich find das unmöglich. Also, es geht bei so vielen Menschen hier, find ich das scheiße. Und die denkt sich auch nur so, ey, wegen dir hätten hier fast alle Salmonellen bekommen. Weil du einfach nicht weißt, wie man den Schwamm benutzt. Also, halt jetzt einfach mal deine Schnauze. Aber ich halt jetzt einfach mal aus Loyalität zu dir, weil ich bin mit dir verheiratet, okay? Wenn hier Desinfektion wär was anderes, dann kann man das jedes Mal... Ja, oder man setzt sich hin, ne? Da kann man sich jedes Mal auch sparen, Desinfektion zu benutzen. Ja, geht so. Wenn du jetzt einen ekelhaften Hautausschlag hast oder irgendwelche anderen Bakterien in der Intimzone, dann wäre so ein Desinfizieren zwischendurch schon auch mal gut. Und wie wir wissen vom Erik Sindermann, hat die Katha auch einen Muschipilz, also... Aber du bist keine Bäuerin, ne? Nee. Noch nicht. Tonja hat auch nicht den Esprit, sag ich jetzt mal, um das auch zu werten. Äh? Aber sie ist doch die Bauernfrau. Sie ist doch das Bauerntrampel. Wie? Dir gefällt das so ein bisschen Streicheln und so, aber dass du jetzt sagst, komm, lass mich jetzt mal Traktor fahren oder sonst was, das bist nicht du. Boah, das geht gar nicht. Das wird mich richtig ankotzen an ihrer Stelle. Also ich meine, sie triggert das, aber warum muss sie denn Traktor fahren müssen wollen? Ist eh nicht so cool. Braucht man viel, viel länger zur Arbeit, als wenn man jetzt einen Smart einfach nimmt oder so. Antonja, die will mich ja auch immer so ein bisschen verändern, okay? Ich will dich einfach nur tunen. Mach den Bart weg. Okay, Schatz, also vielleicht tunest du erstmal dich selber, so bevor du andere Menschen tunest, ohne dass sie es wollen. Was meint sie denn damit mit tunen? Sie möchte gerne das einzig Schöne an ihm entfernen und zwar seinen Bart und seine Brustbehaarung, damit er aussieht wie ein Zwölfjähriger. Die steht noch auf Jungs, die mag keine Brustbehaarung, die mag gar nichts. Ich finde halt, ich stehe zu meiner Brustbehaarung und die war halt schon vor Antonja da. Das ist aber ein guter Punkt, weil damals, als sie Anwärterin war für das Amt der Bäuerin, wo sie auch angegeben hat, dass sie bestimmt auch gerne Traktor fährt, hat sie ihn ja so kennengelernt. Sie hat sich ja auch direkt verpissen können und sagen können, nee, ich stehe auf Typen ohne Bart und ohne Brustbehaarung und ohne Schambehaarung. Aber nein, sie hat ihn genommen, sie hat sich eingezeckt in seinen Bauernhof, hat die Tiere von sich abhängig gemacht und jetzt will sie ihn einmal rasieren. Das geht nicht. Also ich sag mal so, wenn eine Brustbehaarung gut aussieht, dann halt auch nur mit einem durchtrainierten südländischen Körper. Ja, und ich würde sagen, ihr Make-Up-Ton, den sie vor allem auch in der Entscheidungsverkündung der Nominierungsnacht trägt, da müsst ihr mal genauer hinschauen, der steht auch eher einer Südländerin. Das sind ein paar Töne zu tief, zu dunkel. Dann hat sie gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann muss ich erstmal alles Fett absagen. Sie scheint auch eine sehr, sehr selbstbewusste Frau zu sein. Sie möchte gerne Fett absaugen lassen. Ja, sie könnte natürlich auch ein bisschen weniger zu sich nehmen, weil der Körper funktioniert ja wie ein Ofen. Also, ne? Oder eben Sport machen oder irgendwie sowas. Das ist ja schon, sie ist ja 22, warum würde sie Fett absaugen? Und dann stehst du halt vor dem Spiegel und sagst, ich habe überall Zellulite. Dann sage ich, okay, ja klar, wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll es denn straff werden? Also, ich verstehe nicht, warum man es kommentieren muss, weil wenn das nicht Abmache ist, dann ist es schon ein bisschen intim. Aber irgendwo finde ich es auch cool, weil ich denke auch, dass Fett Absaugungen nur im äußersten Notfall gemacht werden sollten, weil sie sehr riskant sind und weil sie natürlich sehr, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das nicht so dolle wird, wie du dir das wünschst. Ja, ich habe selber persönliche Erfahrung auch, ne? Das wurde dellig und das ist, ja, nicht so. Die Wahrheit, die tut halt manchmal auch weh, okay? Aber trotzdem kann ich mich doch deswegen, muss ich hier doch nicht, ja, nur fürs Image sagen, okay, das ist anders. Ich habe bei denen immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so auf Augenhöhe ist, ne? Das ist ja auch etwas, was er später bemängelt am Steffen. Und uns fallen natürlich oft Dinge auf an anderen, die wir selber und uns auch nicht mögen. Also ich finde, da redet jetzt quasi ein Vater mit seiner Tochter. So kommt mir das rüber. Achso, und was ich dir jetzt auch noch sagen wollte, das mit den Haaren, okay? Ja, gebe ich zu, ich stehe wirklich auf lange Haare. So, pass auf, aber genau, das muss man jetzt auch noch mal sagen. Und Antonia habe ich halt kennengelernt mit Haaren bis da und jetzt sind die halt plötzlich da. Aber warum? Ja, weil die abgebrochen sind vom ganzen Blondieren. Nein, sie hatte damals Extensionen, ne? Wahrscheinlich die gleichen, die Kader auch hat. Und die sind halt alle abgefallen. Und jetzt hat sie halt keine langen Haare mehr. Das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, okay? Dann kaufst du den, plötzlich baust du dir das Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto, oder? Also, ich würde sagen, deren Beziehung sollte mittlerweile an einem Punkt sein, an dem er sie nicht nur nimmt, weil sie lange Haare hat, ne? So, aber ich verstehe seinen Punkt. Er hat sie quasi eingekauft mit langen Haaren und sie soll jetzt bitte diese langen Haare bis zum Sterben halt haben. Ne? So ein Frisurenwechsel geht halt gar nicht, weil der junge Mann steht nur auf lange Haare. Ne? Innere Werte, Innereien sind ihm dann eigentlich egal. Das ist ja einfach eine ehrliche Antwort. Das ist ja nicht hart. Das ist ja nicht hart, wenn ich sage, dass du hässlich aussiehst mit kurzen, sprögen Haaren. So, und nun kommen wir zu der unterdrückten Katharina, ne? Die sich verstecken muss vom Steffen, weil der nicht möchte, dass sie viel raucht. Und sie raucht jetzt gerade eine im Garten und dann kommt er vom Abwaschen aus der Küche in den Gartenbereich. Krass! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Leg sie bei mir hin, leg sie einfach so ins Gras. Ah, er redet da jetzt noch. Könnte halt ein bisschen zu weit gehen. Also es ist ja schön, dass er sagt, ey, dein Zigarettenkonsum hat sich verdoppelt von fünf auf zehn Zigaretten am Tag, weil du hier halt mit lauter asozialen Menschen abhängen musst. Aber ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, ist das eine. Aber dass sie sich dann wirklich versteckt, ja, ist so das andere. Jetzt sehen wir die Leute bei einem Spiel. Sie müssen in so einem Sack einmal drei Runden hoppeln. Und Mario ist natürlich, wie immer, nicht mit sich selber beschäftigt, sondern immer so mit dem, was um ihnen geschieht. Und er denkt, dass Steffen nicht drei Runden gehoppelt ist. Hallo, hallo, hallo. Du warst nur nicht dreimal. Glockes. Hallo. Ich war dreimal. Wie könntest du denn einmal überrundet haben? Außerdem ist das meine Sache. Und das ist so die beste Antwort überhaupt. Also dieser Mario kann einem wirklich nur leid tun. Nicht nur, weil er noch nicht mal mehr schreien kann, weil wahrscheinlich alles voll ist mit Thea, sondern weil er den erwachsenen Männern irgendwas mit auf den Weg geben möchte, was die gar nicht haben möchten. Also ich kann ja auch, also ich kann machen, was ich will. So, kommentier's doch einfach nicht. Naja, die letzte Station ist, dass sie in so einem Matschbad sind und dass sie dort mit dem Mund, ne, sie müssen dort nach einem goldenen Ring suchen. Und derjenige, der diesen goldenen Ring findet, der hat gewonnen. Das ist Goy! Das ist Goy! Das ist Goy! Das ist Goy! Die sind halt wieder gut miteinander, ne. Und der Erik hat den goldenen Ring gefunden und hat sich deswegen jetzt gesaved. Das hat sie so toll gemacht, Schatz. Das hat sie so toll gemacht. Das hat sie so toll gemacht. Das ist für dich. Sie ist jetzt auf ihm gekommen einmal. Naja, aber alles scheint vergessen zu sein. Das ist doch voll schön, ne. Love is in the air. Jetzt könnt ihr wirklich auch über Familienplanung nachdenken. Also das ist schon wieder, wo ich schon einfach wieder drauf kotzen könnte. Naja, sie könnte kotzen, weil sie hat jetzt mitbekommen, dass Erik sich mit seiner Cutter gesaved hat. Und die Augenbrauen-Kajalfrau hätte gerne die beiden bestraft dafür, dass sie sich so viel gestritten haben. Genau, aber an Bussi geht es trotzdem noch. Obwohl sie eigentlich am liebsten drauf kotzen wollte. Also das ist eine sehr, sehr ehrliche, authentische Person, die Kajalfrau. Jetzt auf einmal sitzt sie ganz, ganz nett wieder zu uns. Ja, auf einmal kam auch Yvonne an. Na, mein Guter. Alles gut. Ja, super, hat er das gemacht. Die hat wahrscheinlich ein bisschen Angst. Ja, die möchte natürlich ihr Dasein dort sichern. Und dann spielt sie halt ein falsches Spiel. Jetzt ist es so, dass Erik und Cutter einem Paar, welches sich auch in einem anderen Spiel gesichert hat, diesen Schutz nehmen kann. Ja, und die Wahl fällt auf. Yvonne, Sascha, wirklich, wir müssen uns für einen entscheiden. Alles gut. Dementsprechend tut uns wirklich vom ganzen Herzen leid. Passt. Alles gut. Ich weiß nicht, so Yvonne, der habe ich das schon mal ganz gerne gegeben. Und du auch. Ich muss auch sagen, ich kann verstehen, warum. Ne, also ich kann dir mir vorstellen, dass ich ähnliche Gefühle entwickeln würde für die, wie heißt sie? Yvonne. Ja. Sascha, das war euch ja nicht böse im Endeffekt, ja? Nein, das ist gar kein Problem. Wenn ich rausfliege, ich habe ein Leben zu Hause, ich habe Kinder, kein Problem. Ich hätte dich auch heute Abend gewählt. Weißt du warum? Weil ich bin, ich komme nicht aus dieser Branche und dieses ganze Zirkus, was du hier machst, ihr küsst euch, ihr hasst euch, ihr küsst euch. Ja. Ich frage mich, ob ich im falschen Film bin. Das ist ja peinlich. Das war jetzt kein konstruktives Feedback, das war ja schon ein Angriff. Und dann frage ich mich, aus welcher Branche ist er denn? Und warum hat er die Branche jetzt gewechselt? Und hat er sich das vorher gut durchdacht, ob er die wechseln sollte und was ihn dann dort erwartet? Also was kann denn jetzt der Erik dafür? Das ist doch im Endeffekt mein Problem, oder? Ja, ich weiß, aber du erniedrigst dich ja selbst. Ich sage ja auch nichts dagegen, dass Yvonne dich die ganze Zeit wie so ein Hündchen behandelt. Wie bitte? Ja, genau. Also da brauchst du jetzt auch nicht so schockiert sein. Der ist halt irgendwie gut im Austeilen. Das, was ihr macht und was ihr seid, ist peinlich. Aber wehe, da kommt mal was zurück. So den Mario, den werde ich jetzt mal ignorieren, weil der muss sich natürlich auch immer einschalten. Das war so das i-Tüpfelchen jetzt gerade noch. Mir kommt es da vor, dass sie sich immer unter Druck setzt. Yvonne setzt mich unter Druck? Ja, so kommt mir das vor. Pass auf, dann lass uns jetzt einen ganz einfachen Weg fahren. Ja. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Sprech mich auch einfach nicht mehr an. Sascha ist ja gar kein Problem. Lass uns das einfach so fahren. Boah, das ist ja auch richtig erwachsen. Und kritikfähig auch, ja. Genau. Also das ist ja so das, was ich liebe an den Menschen. Wenn die selber irgendwie austeilen und dann, wenn man das dann erwidert, die dann dicht machen. Und sich auf einmal irgendwie schlecht behandelt fühlen. I love it. Also da hab ich schon gemerkt, dass er sauer wird. Aber naja, er muss sich ja zusammenreißen. Ich find's super, Erik. Also das hast du mal richtig gut gelöst. Der Spruch gefällt ihm nicht. Man regt sich nur über Sachen auf, die man schon öfter gehört hat oder womit man selber ein Problem hat. Ach, lernt man das auch im Analysmus? Nee, aber sie hat schon recht. Also wenn das nicht in dem Kopf des Fußballers eh schon stattgefunden hat, in diesem Gedankengang, hätte ihn das auch nicht dazu bewegt, den Kontakt zu Erik abzubrechen. Der weiß, dass er das Hündchen ist von seiner Kajalfreundin. Sie sind crazy. Hm? Sie sind crazy. Hm? Ich auch schon, deswegen erstes Hündchen. Ich seh die beiden so gerne so zusammen, dass die einfach über die anderen behaupten, die seien crazy. Wissen die noch, was passiert ist am Tag zuvor? Ja, fand ich jetzt noch ein bisschen schade, dass man so böse zu mir war. Ach, der ist auch süß, ne? Ich fand das wirklich schade, dass du so böse zu mir war. Ich glaub, der Erik ist eigentlich auch... Ja, der hat bestimmt ein paar Sachen falsch gemacht mit seiner Freundin. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaub ich, so ein süßer. Und nun kommen wir zur Entscheidung. Wen nominiert ihr? Wir haben uns auch für Steffen und Katharina entschieden. Steffen, du hast mir immer mal wieder so Sprüche gedrückt, die ich nicht so richtig als Spaß, sag ich mal, interpretieren konnte. Hm. Er wird uns später auch einmal einen dieser Sprüche einmal so erklären, was den Patrick, den sensiblen Patrick da so verletzt hat. Muss aber auch dazu sagen, dass ich irgendwie von dir ein bisschen schade finde, dass sie dann, hab ich manchmal so das Gefühl, so ein bisschen bevormundet ist. Auch gerade zum Beispiel mit den Zigaretten. Katharina ist, finde ich, alt genug, dass sie sagen kann, du, ich rauche jetzt halt zehn und keine fünf. Das hat Katharina irgendwie nicht verdient. Ja, das findet der Patrick wirklich richtig blöd. Ne, also die, die, wie heißt denn seine Freundin nochmal? Die Bäuerin ist nicht alt genug, um zu entscheiden, ob sie lange Haare tragen möchte oder kurzer. So. Und ob sie eine Fettabsaugung haben möchte oder nicht. Das darf sie nicht selber entscheiden, weil sie ist natürlich erst jung, also erst 22, sorry. Aber bei den beiden kann er das richtig beobachten. Das ist nicht gesund, wenn er nicht möchte, dass seine Frau Lungenkrebs bekommt. Das geht nicht. Das soll sie bitte selber entscheiden, ne? Vor allem haben die ja auch Kinder zusammen. Und dann möchte, dann darf sie das bitte selber entscheiden, ob sie sich kaputt macht. Entscheide dann auf euch gefallen, ja. Mich um die Gesundheit meiner Frau, aber gut. Ich liebe die beiden. Hab ich das schon mal gesagt? Auch wie die einfach darauf reagieren. Also sie sind einfach so, Entschuldigung, Bauer. Bist du gegen die Wand gelaufen? Also alle finden mich scheiße und alle sagen, Mensch, du hast so eine tolle Frau. Denk mal drüber nach. Was machst du mit dem Typen? Die nehmen das aber einfach mit Humor, ne? Ich versteh's gar nicht. Ich bin riesiger Steffen-Fan. Also Steffen, sagst du Bescheid, ne? Wenn du mal mit mir quatschen möchtest. So Freunde, da ich der Letzte heute bin, will ich es auch relativ kurz machen. Der Vorletzte. Hm? Achso, der Vorletzte? Okay, geil. So, damit haben wir festgerechnet. Tatsächlich sind wir beide echte Hamburger. Und daher sind wir nicht so schnell so nahbar. Das mag ich nicht an Hamburg. Ich muss sagen, das ist so eine Sache, die versuche ich mir mit aller Kraft abzutrainieren. Das mochte ich in Hessen auch viel, viel mehr, als ich damals drei Jahre in Frankfurt gewohnt habe, dass die Menschen einfach nicht so einen Stock im Arsch haben. Warum sollte man denn erst so langsam nahbar werden? Meine Güte, wir sind alles eins und wir sollten uns alle lieb haben. Jetzt haben wir uns überlegt, wen nehmen wir denn jetzt hier? Wir haben uns für euch entschieden. Warum? Weil, ich glaube, Ismet, in dir steckt noch extrem viel mehr Potenzial, was du hier entfalten kannst. Du kannst noch sehr viel mehr der Typ sein. Du kannst noch sehr viel mehr kämpfen. Und deswegen haben wir gesagt, diese Stimme ist eine Motivationsstimme. Versteht es als Booster und gib Gas. Da freuen die sich natürlich. Also der Isi freut sich, glaube ich, richtig. Und vor allem, wenn ihr dann seht, wie das hier weitergeht. Man könnte schon meinen, dass die Hamburger sich da taktisch etwas überlegt haben. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Was ist denn das für eine Motivation, Isi so zu nominieren? Wer hat sich in dem Moment was einfallen lassen, weil ihm einfach die Argumentation gefehlt hat? Ich glaube, der Isi merkt erst jetzt, dass er verarscht wurde. Da dachte er nämlich während der Nominierung, dass das wirklich ernst gemeint ist. Naja, und jetzt wird ein Briefumschlag geöffnet von der Kajal-Frau. Und darin steht etwas sehr, sehr Interessantes. Die beiden Paare mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Ah, okay. Ja, also da haben sich, glaube ich, die Hamburger für das richtige Paar entschieden. Nämlich für das, was hier am schwächsten zu sein scheint. Ja. Sorry. Hast du das? Wir müssen gegen die anderen. Ach so. Ja. Ist ja geil. Ich freue mich für die Hamburger. Also ich hätte mich wirklich, ich hätte es wirklich traurig gefunden, wenn sie schon hätten gehen müssen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das ganze Team sich, also die ganzen Leute sich auf die eingeschossen haben. Sie hat das analysiert. Also ich glaube, der Erik sollte die wirklich an seiner Seite behalten. Weil, wenn die sich nicht gerade ermorden, weil sie im Sommerhaus der Stars sind, dann kann sie wirklich ihm helfen. Wir waren gerade richtig überrascht. Aber das hat er gerade auch so überspitzt gesagt. Ich glaube ihm kein Wort. Er wollte auch nicht, dass wir ihm das glauben. Wir haben damit gerechnet, dass es zu Exit kommt und haben sie vermeintlich das schwächste Paar dann rausgesucht. Da weiß er aber auch wirklich Bescheid. Also er würde auch nicht sagen, ich glaube, dass der das so gemacht hat. Sondern der ist sich ganz sicher. Seine Booster-Reihe, die kann er sich für sich selber aufheben. Bitte schön. Das ist nicht ehrlich. Punkt. Booster habe ich schon. Botox, PRP, Vitamine und so weiter. Seinen Booster kann er sich mal geschmeidig in den Allerwertesten schieben. Vielleicht mag der eine oder andere das als arrogant auch abstempeln. Aber wir können da einfach nichts dran ändern. Und was sollen wir machen? Also wir haben hier Spaß. Wir freuen uns, dass wir jetzt noch eine Runde drehen dürfen. Und Punkt ist. Also bei mir stößt er wirklich auf, also das fühle ich. Ich fühle den. Ich weiß aber, also ich frage euch mal. Was denkt ihr denn über die beiden? Ne? Wie findet ihr ihn, Steffen? Und wie findet ihr seine, seine, wie sagt man das? Nicht Trulla, sondern seine Blüte, seine Freundin, seine Frau. Was haltet ihr von denen? So. Was habe ich dir denn für Sprüche gedrückt? Das liebe ich ja. Dass er da einfach jetzt auf ihn zugeht und meint so. Okay, Bauer. Sag mal bitte, was habe ich gesagt? Was habe ich gemacht? Und ich finde, das ist so einer der Momente, in denen sich der Bauer einmal richtig zum Affen macht. Nein. Jetzt sag mal mehr. Ja, ja, nee. Hamburger Humor. Damit ich weiß, wie ich weitermachen kann. Nein, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sag, du Steffen, ich trinke einfach das Wasser nicht gerne oder sowas. Dann sagst du, weil ich im Prinzip die Flasche nicht aufkriege oder so. Weißt du? Habe ich nicht gesagt. Und das weiß ich ganz genau. Doch, halt im Affekt. Okay, und dann denke ich mir auch, so. Dann weiß ich nicht, meinst du das jetzt lustig oder meinst du, bist du wirklich der Überzeugung, dass ich so eine Flasche nicht aufkriege? Das ist mir ja jetzt eine ganz neue Seite vom Bauern. Du hast es so ein bisschen so betont wie, ich bevormunde sie und ich unterdrücke meine Frau und das tue ich aber absolut überhaupt nicht. Und das geht auch nicht. Also da musst du auch dann aufpassen, was du denn aufbaust. Weil sonst flattert ganz schnell eine Anzeige aus Hamburg in deinem Briefkasten, lieber Bauer. Du kannst jetzt hier nicht behaupten, dass der Steffen seine Freundin untermauert, nur weil er nicht möchte, dass sie raucht. Das geht nicht. Da hast du was aus dem Kontext gegriffen und das geht einfach nicht. Ich kann ja bestimmt auch bald sagen, welcher Paragraf das ist. Wir haben die harmonische Ehe. Wir sind seit 21 Jahren zusammen und da gibt es nichts mit Unterdrückung. Das ist mir zu wider. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ihr die Zigaretten aus der Hand schickt. Das habe ich ihr nicht gesagt, aber ich finde es einfach nicht korrekt. Ich habe sie sogar einmal aus der Hand geschnipst und in den Kaffee gepackt. Habe ich auch gemacht. Ja, also das ist bei uns ganz normal. Ich klaue ihr auch Geld, damit sie kein Geld ausgibt. Aber sie hat wirklich einen freien Willen. Wenn sie sich ins Solarium legt, dann ziehe ich den Stecker. Das ist bei uns ganz normal. Oder ich kipp den Wein aus und tue da alkoholfreien Kinderwein rein. Das ist bei uns, also sie darf wirklich genauso sein, wie sie möchte. Ich haue ja auch mal eins in die Fresse, wenn sie frech ist. Aber ansonsten, nein. Das waren jetzt natürlich alles überspitzte Exemplare, also so Exempel. Katharina hat weder Angst vor mir, ich habe nicht Angst vor Katharina. Das gibt es bei uns einfach nicht. Nee, ich möchte aber einfach nicht, dass sie raucht. Selbst wenn sie eine Kettenraucherin werden wollte, mit allen Sehnen ihres Körpers, wenn das ihr sehnlichster Wunsch wäre, würde ich ihr das nicht erlauben. Hör mal, das kann keiner ahnen, ne? So. Aber wir haben da sehr großen Respekt vor. Aber habt ihr auch die schlechtes Gewissen oder so? Überhaupt nicht. Kader ist so, habt ihr jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ihr uns extra gewählt habt, damit wir jetzt demnächst rausfliegen, weil wir offensichtlich keine Chance gegen euch haben? Habt ihr da jetzt ein schlechtes Gewissen zumindest? Zumindestens? Sagt man zumindest oder zumindestens? Aber ihr habt mit einer Exit-Challenge nicht gerechnet? Nein, null. Wie kann man denn damit reden? Natürlich nicht. Null. Kader glaubt denen gar kein Wort. Und das sieht man auch. Siehst du? Mhm. Genau. Und ich sehe aus wie Angela Merkel. Das sind Schauspieler, die sind durchdacht, die haben ihre eigene Strategie reingebracht. Und das geht gar nicht in so einem Spiel, wo es um 50.000 Euro geht. Mit einer eigenen Strategie hier auftauchen, übertrieben verwerflich. Das sage ich dir. Das ist für mich Heuchlerei, das ist für mich Verlogenheit. Das ist für mich einfach Dreistigkeit und berechnend. Also ich glaube, der Isi stimmt ihr da voll und ganz zu. Das geht natürlich gar nicht. Also berechnend, berechnend, berechnend zu sein im Fernsehen ist ein No-Go. Die Kader geht da immer wirklich blind rein und verlässt sich immer nur auf ihre Intuition. Nimm dich sportlich und morgen kämpfen wir. Kader ist so, ich werde mir morgen erstmal die Nägel spitz fallen, damit ich dir die Augen ausstechen kann. Ich werde hier gar nichts mich freuen oder irgendwas. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Leute, ich bin am Ende jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Müdigkeit hat mich gepackt und ich wurde nochmal alberner als jemals zuvor. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich küsse eure Herzen. Bye, bye. Bye, bye. Pädiepie